Nach einer dezent kurzen Pause von zwei Jahren. Ja, das kann natürlich auch sein. Warum ich keine 60 PS hier? Ich habe hier 60. Ich nicht. Was kann ich für dich tun? Es wirkt halt einfach mega alt. Ich habe keine 60 PS. Ich bin nicht amused über das, Mann. Ah, okay, kann ich doch. So, ähm, dann machen wir so. Blumen machen wir einfach. Blumen will ich nicht haben. Wer braucht schon Blumen? Blumen habe ich auch aus. Ich denke wir sind hier fertig. Ah, ich habe keine 60 FPS. Also es läuft ein bisschen unrund, aber normal, also 60 habe ich. Na, ich habe nur so, wenn ich jetzt in deine Richtung gucke, habe ich so 44 FPS. Ja gut, wenn ich in deine gucke, habe ich auch nur so um die 50. Wenn ich jetzt hier so reingehe, habe ich 55, 60. Wenn ich auf deinen Booty gucke, dann habe ich... Na, jetzt hast du auch ein heißer Booty. Dann dreh dich mal um. Dann geht es direkt runter auf zwei. Ah, toll, Mission. Oh ne, die können wir abliefern. Soll ich die mal abgeben? Hier wird der Shit noch abgeliefert. Ich habe sie mal abgegeben. Hast du auch was bekommen? Ja. Aber ich brauche Munition. Nein. Doch. Echt? Ja. Holy Schnizzle. Woher haben wir eigentlich so viel Geld? Ja. Ach, daher also. Ja. Ich habe dich anschaffen geschickt. So, wollen wir? Ich habe die dynamischen Schatten ausgemacht. Oh Gott, ich habe eine Granate geworfen. Ah ne, ich habe meine Adler. Wie schlägt man denn nochmal? Keine Ahnung. Auer? Auf V. Oh ja, oh nein. Ah, ha, 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 ha. Ich werde das aber nicht. Nein, nein, nein. Hier, friss meine Wellen Munition, du Sau. Das ist unfair, ich treffe dich nicht. Ich muss nachladen, warte kurz. Hey, geh weg. Ah, ha, 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 ha. Well, well, ha, ha, ha. Nein. Wie kann man Granate anwerfen? Nein. Jetzt habe ich keinen Bock mehr können wir aufhören. Das war ja recht spaßig. Ich habe keine Lust mehr. Das ist dein Problem. So was müssen wir machen. Ich glaube hier waren wir und da sind wir gestorben und dann haben wir aufgehört. Warum sollten wir hier gewinnen? noch von einem ganz anderen gebiet ich habe gar keine munition ja das war jetzt auf mich drauf geschossen für die andere waffe und das sieht denn alles rum was ist meine waffe die habe ich aussehen gedacht glaube ich dir nicht das ist die waffe für die ich keine muni habe wo müssen wir denn hin drive me to the moon ja fahr hier fahr hier genau jetzt fährst du hier links ja genau dann fährst du jetzt hier wieder die linke abzweigung nein 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 hier runter geradeaus jawolli und dann hältst du die so ein ganz klein bisschen rechts und dann sind wir schon da ja das ist ein bisschen zu viel rechts gewesen aber es ist schon okay schon mal kann sein keine ahnung totale vernichtung gibt mir deckung Okay. Wir müssen das aktivieren. Ich hab was gemacht. Yeah. Aaaaaah. Hey, lass das. Hier liegt ne Waffe. Echt? Ist die gut? Okay. Alter, ich treff den aus dem Haus nicht, ne? Äh. Oh. Oh, da oben sind ja welche. So, jetzt reicht's mir mit euch. Scheiße, ich hab noch keine Munition für die Waffe. Wo sind denn welche? Da ist ja noch einer. Nein, ich hab schon noch keine Munition. Was mach ich mit der Munition? Essig die? Mhm. Munition. Now you can not get in the mine, because I have the keys. Herz, Sledge. Abgeben. Abgeben? Sledge. Was? Juhu! Ich hab die jetzt nochmal. Ich versteh es nicht. Wir haben ne neue Munition, äh, neue bekommen. Neue Munition. Neue, neu, neu, neu. Hier ist ne Waffe. 20% auf alles. Aber im Moment, hier ist glaub ich noch ne Mission irgendwo in der Nähe. Die hier. Du bist der Partiliere, ich kann keine Mission markieren. Okay, wie kann ich nochmal? Welche? Fang den Wind. Okay, hab ich schon markiert. Let's take a ride, man. Dahinten sind noch, dahinten ist Geld. Dahinten ist Money. Dahinten ist ne Kiste. Dahinten ist alles, was das Herz begehrt. Hier ist so ein kleiner Gnon. Und so ein anderer Arschkeks. Haha, er ist in die Luft geflogen. Die sind noch mehr. Ah. Soll das jetzt alles daraus genommen? Das war für Waffen wie, meine Waffen. Sicher? Ja. Ich brauche Snipermonie, ne? Da war keine Sniper. Da war nur SMG-Monie drinne und Schrotflind-Monizium. Das war aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie Snipermonie aussieht. Geil. Denke ich. Stetschel dich mal ein bisschen, mein Freund. Soll gucken. Snipermonie ist hier so mit dabei. Das sind, glaube ich, diese großen Kugeln nur. Denke ich. Steige ein! Aaaaah! In drin. Oh Gott. Du hast einen sehr extravaganten Fast hier. Und das mag ich so an dir. Guck mal hier, streichel dich mal ein bisschen, mein Freund. Oh, du bist tot. Noch ein Skak. Er ist tot. Turbine A aktiviert. Give me Deckung. Ich versuche F. Wir müssen jetzt die Turbine abliefern. Ja. Okay. Warum sind das keine selbst suchenden Ziel-Raketen-Granaten? So, sollen wir die jetzt abliefern? Ja. Ja. Bin ich hier oben richtig? Ja. Ja. Sie liegt ja alles rum. Wenn du ein Leben brauchst, jetzt ist deine Chance, ne? WUHUHU. WUHUHUHU. WUHUHU. Warte mal, ich habe ein neues Schild. Echt? Aber das ist blöd, man kann die nicht alle... Irgendwie kann man die ja nicht vergleichen. Irgendwie doof. Das steht da eigentlich daneben. Wut, 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 wut? Doch, man kann die echt vergleichen. Wut, wut. Aber, weißt du, das sind... Also das habe ich ausgerüstet, oder? Machen Abflug. Wollen wir jetzt machen Abflug? Keine Ahnung, was müssen wir denn da machen? Zehn Racks töten. Was sind Racks? Wissen Sie, sind das nicht diese fliegenden Kack-Mongos? Ach ja, richtig. Ich vergaß. Zeh, ich kenne die V-Sinn, gab es in dem Spiel nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Okay. Oh Gott. Ich kann sie nicht stressen. Ich auch nicht und ich habe einen Sniper. Ah, Hilfe. Hä, Hilfe. Viecher sind so nervig, ne? Es gibt auch so Waffen, auf jeden Fall zwei Bordern, denn zwei gibt es so Waffen, die musst du... Auf die Gegner... Die kannst du auch... Wenn du nachhälst, wirfst du die auf die Gegner drauf. Das ist geil. Das sind so Teddy-Or-Waffen. What the fuck? Alter, geh mal weg hier. Können wir uns verleben. Die Apokalypse! Ich geh wieder ins Auto rein, ey. So läuft der Scheiß. Alter. Der zerplatzt es einfach. Ne, das ist Shotgun, Muni. Okay. Ich habe übrigens auch ein Level gemacht. Really? Ich bin ja über die momentane Munitionssituation nicht unbedingt zufrieden. Ich wollte ja voll auf meinen Adler gehen, weil der so stark war. Echt? So, passt du? Müssen wir jetzt mal abgeben. Müssen wir abgeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Fähigkeiten komme. Also normalerweise. Ich weiß nicht, ob es hier drin ist. Nein, der geht hier drin nicht. Steigt auch damit aus. Warum steigt der denn nicht vorne aus? Boah, ich bin Level 12. Warte, ich muss nochmal aussteigen. Vor allem meine auch so. So, was haben wir denn hier geilen Schädel die Shit? Sind das gute Pfaffen? Ich weiß es nicht. Ich hatte eine andere. Ach, keine Ahnung. Die wird schon gut sein. So, guck mal, ich habe zwei Punkte. Ich wollte, glaube ich, auf Element gehen. Hast du nicht schon ein paar Sachen in irgendwas reingesteckt? In Element, ja. Ja, dann wolltest du wahrscheinlich auf Element gehen, ja. Psychospiele, jedes abgefahrte Produkt. Ja, ich mache hier. Das ist schon geil. Da habe ich einen Phönix, Junge. Ähm, mögliche Schleifung, äh, man hat sich in Elementarwaffen. Na ja, wir haben aber erstmal das hier. Passt schon. Welche Mütze machen wir? Ähm, ja. Verstecktes Tagebuch, Eric Badlands. Fehlt uns nur noch eine Sache. Na dann. Let's go. Ja, aber hast du es markiert? Ja. Da kannst du es hier drinnen auch machen. Ja. Natürlich kann ich das. Sehr spektakulär. Ja. Ja. Ui, 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 ui. Wir sind da. Noch nicht. Da. So kommen wir, glaube ich, nicht an. Nicht, wenn ich fahre. Gibt es eigentlich im Zweifel auch Fahrzeuge? Das gibt es ja. Sind sie auch so? Die sind besser. Oh Gott, oh Gott, die machen das Fahrzeug kaputt. What the fuck? Wo ist denn hier einer? Hallo. Oh Gott. Rex! Lauf um dein Leben! Ich kann nicht mehr laufen. Ich bin... Ich muss jetzt... Ach, ich habe bei jemandem getötet. Ich werde mich respawnen. Ich will um mein Leben kämpfen und dann wieder zum Leben erweckt werden und dann bin ich... Geil! Komm schon. Ah, fuck. Ich habe keine Muni mehr. Ah. Ich muss wieder respawnen. Ja, irgendwie... Ich habe einen getötet, aber irgendwie hat es den nicht interessiert. Aber ich bin hier in der Nähe gespawnt. Ich werde dich jetzt retten tun. Boah, mir lebt nichts mehr. Ja, trotzdem rette ich dich jetzt. Oh, da hebt da noch was. Ja, siehst du? Du hast ja auch nicht mehr so viel live, also. Ich habe eher keine... Neue Muni. Aber Sniper Muni sind diese kleinen Clips. Die hier? Äh, nee. Okay. Hm, Sniper. Fast besser als meine. Liegt auch was. Hier liegt mir erst im Geh rum. Uh. Leider sind meine... Scheiße, ich müsste mal wieder verkaufen. Nein, ich müsste das Tag hoch. Nimmst du überhaupt auf? Naja. Echt? Lass einfach laufen. Dann lässt du dich schon wieder selbst ein? Nein! Gegner, ich habe keine Muni. Oh Gott. Los! Oh, wow. Der hat mehr Schaden gemacht, dass ich erwartet habe. Ah! Na, komm! Komm, in die Frette! Komm, wir boxten den Tod! Das hat funktioniert, nimmst du das mal. Mir geht es doch aber noch ziemlich gut. Ja, nee, fast. Also mir gefällt der zweite Teil wie Ewe nicht besser. Okay. Ja, ich habe den nur so ein bisschen angefangen. Ich habe ja ein bisschen in zwei... Also den hier gespielt noch weiter, dann habe ich noch keinen Bock mehr. Und ich sage, oh, ich will jetzt den zweiten spielen. Dann habe ich zwei Stunden in den zweiten gespielt, und ich habe keinen Bock mehr. Dann habe ich... Pre-Sequel angefangen, ich habe auch keinen Bock mehr. Oh Gott. Oh, der nimmt viel Schaden. Oh Gott. Aua! Oh Gott. Oh, kritisch. Kritisch, jawoll. Bam! Bam! Oh, ich bin auch down. Nein! Ich muss nachlang. Mhm. Da passt immer so wenig Munition rein. Toll, ich kann ihn gar nicht treffen. Was ist das für ein Scheiß? Jetzt kann ich ihn nicht mehr treffen. Ach, oh fuck. Da war er gerade wieder. Nein! Nein! Aber egal, wir sind doch eh fertig hier, oder? Ja. Gibt es hier nicht irgendwie so einen Autospauner? Nö. Nö. Doch. 1500 kostet der Mist. Welcher Mist? Das wieder erwecken lassen? Zeit für eine Spritz-Tour. Wo müssen wir denn hin? Witzig. Müsse wir. Irgendwo da so. Na, wir müssen wieder zum Anfang anfangen, hier zum Beginn. Ehrlich? Haben wir die Mission bekommen? Weiß ich nicht. Aber da müssen wir hin. Na gut. Du weißt, dass du dem Fahrzeug damit Schaden machst? Echt? Nee. Habe ich aber nichts von. Tante Emma. Scheiße, mir, Tante Emma. Ich habe dich überholt. Aber du bist vorbeigelaufen. Ach, scheiße. Wir müssen an die Tafel. Ehrlich? Ich habe gar nicht, weil ich wollte hier an dem Laden. Direkt mal drei neue Missionen. Ja. Es geht. Jetzt kaufen wir jetzt erstmal Munir hin. Jetzt wird erstmal vollgeschisselt hier. Da geht schon los. Da wird hart gekleckt wieder. Hart gekleckt. Komm, ich kaufe mir alles. Jawohl. Eingabe, okay. Brauche ich gar nicht. Egal, kaufe ich trotzdem. Warum kann ich mir das nicht kaufen? Oh, du pleite bist. Schade. Steigert die Munitionskapazität, aber geht leider nicht. Katsapität? Das wäre gegangen. Ich finde auch, die Katsapität sollte gesteigert werden. Warum ist hier einer drin? Weiß nicht. Ist ein Fan. Ich glaube, der will ein Autogramm von dir. Kackhater. Ja, dieser Kackhater hier hat sein. Echt, ich will verkaufen. Wo verkaufen ich? Ach, hier verkaufen ich. Ich warte. Immer diese Kackhater hier. Stimmt. Jetzt auch noch hier in dem Spiel. So, jetzt wird erstmal... Ich habe eine Combat Rifle. Brauchst du Combat Rifles? Nee, ne? Willst du einen Repeater haben, falls du bei Minecraft irgendwas mit Redstone hast? Wir müssen doch noch unser Hammer-Minecraft-Display starten, ne? Ja, sicher, sicher. Kommt auch noch. Kommt auch noch. Ja. Wahrscheinlich. Bin gespannt. Irgendwann. Das wird sowieso niemals kommen. Was? Leben ist hart, wenn das Leben hart ist. Hör mal! Nee, kackhater, yeah! So, 12 mal 2 ist ja eigentlich besser als nur 17. Aber das macht 14 mal 4. Wett. Jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen überfragt. Expecto Patronum. Ach komm, wir verkaufen die ganze Scheiß-Waffen und so. Ich stünde da eh besser. Hab jetzt auch einfach alles verkauft. Ich brauche Money. 20.000, hab ich... Alter, wie viel Geld... Was ist hier los? Oh, ich bin Reicher. Reicher? Reicher. Du bist... ein... le riche garçon.